Rote Rosen Vorschau, hat Klaas Hendricks Schwester umgebracht? In Rote Rosen wird Klaas sofort des Mordes beschuldigt, aber warum? In Lüneburg wird es wieder dramatisch. Der Grund ist ein Mann und sein Name ist Dr. Klaas Jäger. Der Arzt beteiligt sich nicht nur an der Affäre von Jordis Ehemann, sondern löst auch viele Emotionen aus, insbesondere bei Hendrik. Punkt Ihr erstes Treffen verlief in eine andere Richtung als geplant. Eigentlich wollte Britta Hendrik nur die neue Leiterin der Notaufnahme vorstellen. Als ihr Mann sie kennenlernte, geriet Britta völlig unerwartet in Panik und konnte die Welt nicht mehr verstehen. Völlig irritiert über seine heftige Reaktion auf Klaas wollte sie wissen, was es damit auf sich hatte. Zuerst wollten sie nichts sagen, aber der Arzt gab nicht auf. Schließlich verrät Hendrik, dass er eine Schwester hatte, Klaas jedoch für ihren Tod verantwortlich war. Rote Rose, Klaas war mit Hendriks Schwester verheiratet. Für Britta war es ein echter Schock. Sie versucht Hendrik von ihrer Schwester zu erzählen, aber ohne Erfolg. Aber sie hat keine Chance. Punkt Er will mit dem Thema nichts zu tun haben und wird jegliche Versuche blockieren. Von Klaas erfährt Britta zunächst, dass er mit Hendriks Schwester verheiratet ist. Trotz neuer Informationen kehrt sie zu Carla zurück, da Emma nicht bereit ist, über seine Vergangenheit zu sprechen. Sie versucht, Hendriks Verdrängung des Todes ihrer Schwester zu verarbeiten. Nach einer Weile zeigt eine Vorschau auf Red Roses, dass das nicht funktioniert. Als Britta von Klaas hörte, dass Luisa an einem Gehirntumor gestorben war, hatte sie keine Ruhe. Punkt Britta kann Hendriks Vorwürfe gegen Klaas nicht nachvollziehen. Klaas möchte nicht, dass Britta an seiner Qualifikation zweifelt und gibt deshalb Luisas Patientenakte an Britta weiter. Erst jetzt weiß Britta, was passiert ist. Was das ist, erfahren wir in den kommenden Wochen bei Rote Rosen. Wir sind begeistert. Wer keine Folge verpassen möchte, schaltet die ARD immer montags bis freitags um 14.10 Uhr ein. Alternativ können Sie die Folge 30 Tage nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufen.